Acerola. Acerola ist der Bezeichnung einer Frucht aus Südamerika, die in den letzten Jahren in Europa populärer geworden ist. Acerola ist ein Baum oder ein strauchartiger Baum, der bis zu 5 Meter hoch wächst, meistens geerntet wird bei 1 bis 5 Meter Höhe. Der Acerola-Baum, Acerola-Strauch, ist also in den tropischen Regionen Südamerikas beheimatet. Die Frucht ähnelt der europäischen Kirche und ist die reichste Quelle für natürlichste Vitamin C. Und das Vitamin C hat eine mächtige antioxidative Wirkung, insbesondere eben, wenn es in natürlicher Weise zu sich genommen wird. 100 Gramm Acerola-Kirche enthält 2 Gramm Vitamin C und damit 10 mal so viel Vitamin C wie Paprika oder 30 mal so viel Vitamin C wie Orangen. Die Acerola-Kirche enthält noch viele andere lebenswichtige Vitalstoffe. Dazu gehören auch Provitamin A, auch B1, B2, B5. Auch Magnesium, Kalium und Kalzium gehört dazu. Und gerade weil die Acerola-Kirche auch verschiedenste Bioflavonoide hat, gilt, ist die antioxidative Wirkung der Acerola-Kirche besonders stark. Und so sagt man, dass Acerola-Kirche sehr viel wirksamer ist, besonders wirksam ist für Heilung von bestimmten Erkrankungen, aber vor allem zur Stärkung der Abwehrkraft, wie es so heißt, oder auch allgemein für Gesundheit. Acerola-Kirche kann man nutzen in verschiedener Form. In Naturkostläden gibt es einige Produkte mit der Acerola-Kirche. Acerola-Kirche. In der Weltkirche. Anhaltende Form. Acerola-Kirche. Vielen Dank.